Ich weiß nicht... Was soll ich denn sagen? Das war's lange, das ganze Leben. Ich finde die DMG cool, weil man hier so viele interessante Menschen trifft und Leute aus der ganzen Welt. Weil die Gemeinschaft super ist und weil die Arbeit sehr Spaß macht, sie ist sehr abwechslungsreich und du hast die Gelegenheit sehr viele Missionare kennenzulernen. An der DMG finde ich cool, dass sie mich im Glauben herausgefordert hat, dass sie mich dazu gebracht hat, viele Dinge zu hinterfragen. Und dass hier so viele unterschiedliche Leute sind, mit denen man einfach Spaß haben kann. Ich bin bei der DMG, weil ich die Gemeinschaft mit anderen Christen genießen wollte. Ich finde das Jahresteam cool, weil man gemütlich zusammenarbeiten kann. Die Wahrheit muss ans Licht kommen! Michelangelo Leitere EBU Fl내 Fl why Fl why Fl why Ich bin so cool! Du willst engagiert mit Gott leben, Berufung finden, persönlich und im Glauben wachsen? Mission kennenlernen oder Lebensziel einüben? Dann komm ins Jahrestream und mach mit!